Eine Partie bei der Euro angeht, Sebastian, was überwiegt da bei einem Spieler? Freude oder Druck? Ja, das wird jeder anders empfinden, glaube ich. Die Routinierteren werden sich richtig... Fast vor dem Tor! Und die Deutschen sind hervorragend in die Partie gekommen, liegen schon vorn. Hargreefs. Tja, und so geht man in den Zweikampf, genau richtig getimt, sauberes Tackling. Joe Cole am Ball. Ja, das war aber keine gute Flanke. Und jetzt Bernd Schneider. Ja, der Ball im Seitenhaus, klarer Sache, das muss einfach für ein Mann liegen. Das ist Steven Gerrard. So, der Ball kommt genau auf den Mann und was macht er? Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das... Freistoß. Und aus der Position kannst du es mal direkt versuchen. Auf zwei Sachen hat er unterteilt in dieser Situation entschieden. Einmal auf Freistoß und einmal auf Gelb. Ja, und beides natürlich völlig zurecht. Also die gelbe Karte hat er sich wirklich verdient. Und das ist jetzt... Überhaupt kein Problem für den Torwart. Bernd Schneider bekommt hier Gelb. Also, da ist er doch etwas zu hart eingestiegen und das muss er jetzt abstellen. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Kann er den Keeper verladen. Ja, das hat er dich... ... Untertitelung des ZDF, 2020